Sorry, Opa, da bin ich raus. Ich auch. Ich bin auch raus. Noah und ich haben ein Restaurant in der Planung. Siehst du, Papa? Die Metzgerei ist zu. Wir machen ein Restaurant auf. Nee, Papa, nicht im Böhlerhof. In Berlin. Wie, was Berlin? Wie soll denn dieser dünn Brettbohrer ohne dich klarkommen? Stefanie, wie soll denn das gehen? Für den Neuanfang musst du dir jemand anderen suchen. Papa, tut mir leid. Ich wollte dir das die ganze Zeit sagen, aber... Stefanie, warum lässt du mich dann so in den Messern auflegen? Lass mich ja niemals aufreden. Siehst du schon wieder? Ich habe das nur für dich gemacht. Sie hat sie nicht getraut. Und ich verstehe jetzt doch, warum. Dann weißt du doch sicher auch, dass ich sie nicht gehen lassen kann. Gehen lassen? Du klingst schon wie Opa. Das ist kein Familienbetrieb, das ist Knast. Wir gehen.